Diese amerikanischen Süßigkeiten brauchen wir auch. Von Trolli Sour Electric Crawlers. Ey, wie geil sehen die bitte aus. Die Originalen, diese normalen, sind ja schon geil. Aber alter, ich brauche auch richtig so Flüssigkeit im Mund. Das sieht so lecker aus. Skittles Getränke. Also man kann hier sehen, vier Skittlesorten. Das Originale, das saure, Whiteberry Shop. Das schmeckt wahrscheinlich so lecker. Und Tropical. Ey, die sehen extrem nach Chemie aus, aber auch richtig lecker. Noch ein Skittle-Produkt. Skittle-Eiscream. Wie schön bunt sieht bitte dieses Eis aus. Arizona Ice Pops. Wassermelone, Fruit Punch und Mango. Abonniert den Kanal für mehr.